So, hallo liebe Freunde des gepflegten Ballsports, den ich hier nicht betreibe. Wir sind in einem neuen Let's Play. Wann auch immer das hochgeladen wird, wenn wir genug Videos haben, sind ja noch viele andere Projekte da, aber der Lutschkopf, der wollte gerne mal zwei Spiele, hat er vorgeschlagen aufzunehmen. Das waren einmal Final Fantasy V und einmal die Mystic Arc und das seht ihr hier aktuell, den Vorspann. Und ja, haben wir uns heute für das entschieden oder herzlich für das entschieden und folgedessen werden wir das auch abwechselnd kommentieren. Jetzt wissen wir aber nicht, wie das passieren wird. Entweder spielt der eine und der andere kommentiert oder der eine spielt unkommentiert, das sehen wir dann. Das lassen wir jetzt offen und deswegen kann der Lutschkopf kurz ein Hallo reinwerfen und dann lassen wir euch den Vorspann gucken. Hallo, schönen guten Tag. Es geht auf jeden Fall um Vierecke. Und ihr werdet auch sehen, ich will jetzt gar nicht mehr unterbrechen eigentlich, ich werde das wie immer halten bei allen Projekten, den Vorspann, sofern sie einen haben, werde ich einzeln hochgeladen, genauso wie das Ending. Also. Also. Es geht auf jeden Fall um 6 Antisian 5 Antisian 6 Antisian 4 Antisian 7 Antisian 4 Antisian 7 Antisian 7 Antisian 6 Antisian 8 Antisian 8 Antisian 8 Antisian 6 Antisian 8 Antisian 7 Antisian 6 Antisian 7 Antisian 6 Antisian 6 Antisian 6 Antisian. Als해를 von��れる reasons Sounds Aber ich will niemals auf 1 I Have Did you have seen last thing? Vielleicht noch ein lass weil ich noch ein schönes Stück für alle znью sein там Kurier anerfen. PowerPoint hat keiner. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018